Ich finde das eine großartige Veranstaltung. Ich bin dazu überredet worden, selber mitzumachen. Sofern ist es für mich heute eine Premiere. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Motorradfahrer sind sympathische Menschen. Ich selber habe auch ein Herz für die Biker und ich freue mich schon auf dieses Rennen. Insofern Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Ich glaube, das ist wieder eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Herzlichen Dank. Vielen Dank.